Hallo unser Leute zu einer Folge Bad Wars, Bad Wars, Bad Wars, so heißt dieser Modus und ich bin irgendwo eben irgendwo und kenne diese Map schon wieder nicht. Nice. Hier kommt aber viel Kupfer, wie es scheint. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Ich habe schon fast einen Stack. Ach ja, und ich baue einfach schon mal los. Okay, und Game Time ist da, genau. Wir sind nicht in der ersten Folge, deswegen habe ich das jetzt halb vergessen. Wir haben mich gerade schon mal probiert und ja, es war eine glorreiche Folge. Oh, da ist einer unserer, oh, das war unser Bett. So, ich bräuchte Ablösung. Ich baue erst mal das Bett zu. Ich habe nämlich jetzt keinen Blick mehr. Aus Federn sollte man schon mal lernen. Wo ist das Bett eigentlich? Eisen? In dem Häuschen oder was? In dem Häuschen hier ist es nicht. Wie viel Eisen? Du hast Eisen? Wo ist denn das Eisen? Das ist hier vor dem Häuschen. Kommt das runter. Da. Hast du noch eins? Hast du noch eins für mich? Dann kann ich mir noch ein Schwert und ein Brustpanzer holen. Wo bist denn du? Ach da. Ja, ich rüste mich halt gerade schon aus. Da kriegst alle vier von mir. Oh, ne, ich brauche eigentlich nur einen. Weil dann kannst du mich auch noch ausrüsten. Ja. Schwert sollte ich mir da mitnehmen. Was? Bin ich jetzt bescheuert? Wo ist denn das Bett? Wir haben kein Bett. Ne, äh, das ist hier oben. Hier hoch. Hier hoch musst du laufen. Ah, da oben. Okay. Und dann kannst du es da oben... Bei oben ist es dann halt. So, jetzt muss ich mal in die Mitte. Das Ding ist, die Mitte ist schon belagert. Probieren wir einfach mal. Wenigstens bin ich, äh, vernünftig ausgerüstet. Damit könnte ich vielleicht doch einer der Ersten sein. Aber definitiv nicht der Erste, der einen Bogen hat. Aber... Oh, oh, oh... 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 Ich... Oh... Ich komme zurück. Äh, mit 10 Gold. Äh, ja, oh, das ist aber gut. Äh, erstmal ne Kiste kaufen. Da leg ich mal dann, äh... Gold rein, für dich. Ja. So. Ich will ein bisschen maipern mit dem Boden. Eigentlich war ganz nice, okay. So. Dann Snickerino. Und dann kann ich eigentlich schon wieder los. Das ist ein Gap, wohl von... Alter, was ist denn hier los? So. Genau, das ist ja wirklich vorhin. Bloß, dass wir es diesmal nicht sind. Wo, ich, ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin schon fest. Oh mein Gott, oh mein Gott. Boah. Glick, 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 glick. Und wo kam der? Oh, schon wird der Gold gespawnt. Grün hat sich komplett, äh... Ist komplett... Ja, wir haben... Geil, das war der Letzte von der einen Team. Und Grün ist... Noch an seinem Spawn. Ja, dann, äh... Auf sie mit Gebrüll, so ungefähr, ne? Ja. Oder bleibe ich am Bett? Ne, 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 komm, komm zur Mitte. Komm zur Mitte. Und, äh... Hilfe mit auf die drauf schießen. Die werden sich jetzt versuchen... Ja, die versuchen, den Tunnel hier oben zu bauen. Ja, wirklich nur hoch. Und dann, äh... Geil, die haben die einen... Die haben sich gegenseitig, glaube ich, ausgelöscht. Und, äh... Ja, ich würde gleich Gold holen. Dann würde ich da mit, äh... Mit dem fetten Schwert und, äh... Stärketrank rein. Das heißt, so lange können wir die erstmal jetzt zuspammen. Äh, falsche Seite. Ähm... Falsche Seite. Da. Was? Oh. Da, wo nur noch zwei sind. Da jetzt bei Grün, das siehst du ja, wenn du da den Baum anguckst. Ah, ja. Ja, ja. Ja, der ultimative Pro bin ich, das halt... Also, Bogenschießen kann ich eigentlich, aber die Distanz ist natürlich schon riesig. So, hast du noch Gold? Ja, ich hab noch Gold und zwar vier Stück. Okay, dann hätten wir schon mal 17. So, hier. Hab's hingelegt. Äh, okay. Wie teuer ist die Stärketrank? Ich glaube, die sind wirklich nicht von ihrer Basis weg. Ja, und die anderen haben sich gegenseitig gemacht und einen davon hab ich nachher noch in der Mitte gemacht, weil der irgendwie uns auch angreifen wollte wahrscheinlich oder so als Verzweiflungstat. Was? Hä? Wie hab ich denn da noch eingesch... Ja, geil. Ich glaub, ich hab einen Block angeschossen und der Pfeil ist einfach durchgeflogen. Ich hab einfach einen Hitsound gehabt, da stand ich schon mit dem Gesicht wieder irgendwo im Nirgendwo. Ich fang schon mal an, drüber zu bauen. Äh, ja... Ja, ich wollte grad sagen, welche Farbe sind wir eigentlich, aber das ist eigentlich fast egal. Grün sind... Nee. Wir sind... Blau. Blau. Die sind grün. Ja, guck mal, das ist eigentlich relativ entspannt. Gerade. Überraschend entspannt. So. Das ist zu einfach. Vor allem, die können jetzt halt echt nix machen, weil die... die kommen nicht in die Mitte und... So lobe ich mir doch diese Partie. Ähm... Oh nein, ich hätte noch ein Gold abwarten sollen, dann hätte ich dir auch noch ein Schwert mitbringen können. Egal. Boah, sieben Gold... Ja, ich muss sowieso noch mal in die Mitte. Äh... Ohohoho. Ich rufe davon. Ohoho. Wollte nur kein Silber verschwenden. So. Die kommt erst mal auf den letzten Slot, sonst verkacke ich das noch. Äh... Das kommt erst mal in die Kiste rein. Mein Mann, wie fällt dir gerade auf? Ich hab überhaupt keinen Sound. Ähm... Denk schon die ganze Zeit, warum treff ich nicht, aber... Ja, wie auch, wenn man keinen Hitsound hört. Ich werde schon mal eine fette Spitzhacke mitnehmen. Jo. Dann kann ich das hier gleich machen. Äh... Ja, okay. Eigentlich... Rüstungen müsste ich voll haben. Ach so. Ja, hab ich voll. Ja, du... Ich kann noch mal einen fetten, äh... Rüstungs... Äh... Nee, hab ich... ...fetten Panzer, den sieben für sieben. Mit Schutz drei. Ich bring einfach einen mit. Ach so, nee, den... Den nicht. Und dann bringe ich dir einfach noch mal das stärkste Eisenschwert mit, solange wir kein Goldschwert für dich haben. Äh... Und dann komm ich wieder in die Mitte. Äh... Ich muss mich selber gleich... Hast du Steine? Ja, hab ich ein paar. Aber ich würde die andere Base... Anderen beiden Bases sogar mal kurz ablaufen. Und nimm das Gold dabei mit. Oh, das ist aber jetzt hier ordentlich. Ähm... Hier hast du einen Schutz-3-Bus-Panzer. Dankeschön. Und hier hast du noch einen Bogen. Weißt du was? Nimm mal ein Schwert. Gib mir mal lieber das andere Schwert zurück. Welches willst du jetzt? Das... Das Kleine, das Kleine. Du kannst hier das Große gebrauchen. Äh... Nein, 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 das Eisenschwert ist das starke, das sollst du nehmen. Ich kaufe einfach gleich ein neues. So. Aber dazu brauche ich noch Gold. Hast du noch Gold? Ja. Ein bisschen wieder hier. Ein bisschen Spam. So. Zwölf? Ich glaube... Ist das... Ist das jetzt ernsthaft? Zwölf? Wow. Du hast wirklich zwölf gesagt. Ja. Ist das geil. Gut. Damit habe ich 28. Ich weiß nicht gerade, ob ich dir auch noch eine Enderperle... Warte mal. Sieben ist der Stärke dran. Für zwei brauche ich also... 14. Plus 13 sind 27. Plus noch ein Schwert. Ich brauche noch eine Goldfuhre. Dann können wir beide voll voll equipped uns darüber hämmern. Wir werfen wir beide eine Enderperle und... Ne, ich würde gar keine Enderperle werfen, sondern mich einfach so hoch bauen, dass ich überhaupt vom Bett bin. Achso, ich würde mich da... Ich habe jetzt eine Enderperle. Dann kann man die schön abschießen, weil viel machen können sie nicht außer sich hoch bauen und dann... Gut, dann... Kann man sie mit dem Bogen wegschießen. Dann sammle ich nochmal Eisen ein von denen. Von den anderen Teams. Oh, bist du nur gerade in welcher Base? Bei Rot gerade. Okay, dann gehe ich mal rüber zu Gelb. Aber sollten auf jeden Fall gucken, dass die sich nicht zur Mitte bauen in der Zeit. Ist ja natürlich doof. Ähm, Specials. Was hätten wir denn da Schönes? Ach, müsste es... Oh, ich werde mal eine Rettungsplattform für uns beide jeweils kaufen. Oh ja, Rettungsplattform ist das Ding. Dann werde ich mir ein Schwert kaufen. Das wollte ich haben. Ähm, was wollte ich noch... Ich bringe uns beide mal einen Goldapfel mit. Und ich bringe uns beide einen... Ja, wollten sie gerade das Bauen anfangen. Ich habe es genau gesehen. Stärke trank mit. Jetzt habe ich noch vier Gold. So, davon kaufe ich nochmal zwei Goldäpfel. Äh, das brauche ich nicht. Alter, ich habe zu wenig Slots. Ich habe zu wenig Slots! Okay, ich habe nicht zu wenig Slots. Eigentlich ist es okay. Gut, ähm... Ich komme mal wieder zur Mitte gestratzt. Das ist so... Vorbereitung auf den richtigen Sturm. Ein bisschen unfair irgendwie, aber... Wieso, wir haben sie uns hart erkämpft. Äh, warte mal. Hier, du kriegst erstmal eine Rettungsplattform. Zwei Goldäpfel, einen Stärke trank. Ja, und den Rest hast du alles schon, ne? Okay. Also, Rettungsplattform mal da, einen schweren Bogen. Goldstärke trank. Ähm... Ich gehe mal steinig holen. Achso. Ja, ich hätte noch 100 Steine knapp. Ja, ich habe gar keinen. Und... Wollte man schon ein paar haben. Ah, ich gehe auch nochmal zurück. Hast du eine Spitzsacke? Ja, eine Goldspitzsacke. Hol dir die für Gold? Wir können uns das gerade leisten. Ganz knapp. Äh... Ja, damit kannst du aber gleich wirklich schnell abbauen. Egal, was dir ja mittlerweile... Die dürften ja gut zugebaut haben. Mittlerweile. So, ich... Äh, eine Sache werde ich noch machen. Oh, mein Inventar ist voll. Äh... Tränke, Schnelligkeit... Vier Schnelligkeit... Mach nicht den Fehler und lauf ins Bronze rein. Also, das wirst du bereuen. Glaub mir. Ich hab jetzt noch... Ich hab jetzt noch Heiltränke und alles mit, ne? Äh... Mal schnell schon mal ein Geschwindigkeitstrank. So. Ich hab jetzt... Aber jetzt sind die eigentlich mit... Umbebauen auch noch nicht so weit. So. Trauen sich wirklich nicht. Ist es nicht putzig? Ja, ist voll süß. Das war eigentlich doch schon mega behindert gerade. Warte, ich hab auch noch was für dich, ne? Was? Noch mehr? Ja, Heiltrank, 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 Geschwindigkeitstrank, Geschwindigkeitstrank. Bist du wahnsinnig? Ich verbrauch die doch eh nie. Ich muss jetzt schon unten in den Slot meine Goldäpfel zum Essen tun. Der andere ist oben. Okay. Weißt du was? Ich gönne es mir jetzt. Goldapfel... Stärketrank. Darf ich einmal kurz... Wo ist die hingeflogen? Habe ich dich angeworfen? Habe ich dich ernsthaft, glaube ich, angeworfen mit der Enderperle? Okay. Ich geh nochmal kurz eine Enderperle holen. Wir haben es hier also. Ja, und ich habe ja noch einen Geschwindigkeitstrank drin. Wo ist der Stärketrank verfliegt gleich? Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Oh, die bauen ihr... Bett mit dem Enderstein-Dings ein. Ja, okay. Das dürfte trotzdem egal sein. Äh, wo war das Special? Ganz nach hinten. Okay. So. Zweiter Versuch. Mit der Enderperle. Äh, kannst du gleich einen Schritt zurückgehen, wenn ich die Enderperle werfe? Ja, sag Bescheid. Äh, okay, ich trinke nochmal kurz einen Schnelligkeitstrank. Ich snack nochmal einen Goldapfel. Und... Ich habe jetzt noch Heilungstränke und alles drin. Ich versuche jetzt einfach mal den Hinteren, der am Bett ist, abzuschießen, dass der schon mal angehittet ist. Kannst du einen Schritt zurückgehen? Moment. So, jetzt kannst du werfen. Ach, sie fertig. Noch ich. Kommst du rüber? Äh, ja. Ich will aber rüber bauen. Oder habe ich eine Enderperle? Ach, keine Ahnung. Maaan, ich treffe nicht beide gleichzeitig. Ich muss nur das Bett abbauen, beide. Ja, ja. Oh, Mist. Ich sehe ihn nicht, aber... Okay, ich kann auch eben kurz das Bett abbauen. Ja. Kannst du sie beschäftigen? In der Kiste? Ich nehme meine nach der Kiste raus. Ah, Gott, die Rettungsplattform. Ich... Ja, ich bin runtergefallen und war nicht schnell genug auf der Rettungsplattform. Äh... Ich komme einfach direkt wieder. Ja, komm wieder. Ich halte sie in Schach. Ihre Kiste ist leer, also... Ich habe nur keine Rüstung jetzt. Das ist natürlich so doof. Ich hätte vielleicht ein bisschen was hier... Oh mein Gott, so viel Gold... Aber der eine hier hat, glaube ich, Anti-Knockback. Was war's? Ich komme, äh... Ich gehe doch nochmal kurz zurück. Ich bin tot. Okay, 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 okay. Äh, das sind die sind grünen, ne? Okay. Äh, ich kann ein bisschen Gold geben. Äh... Das wird beide Wesens wieder einen Bogen haben und ein Schwert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Düften reichen. Äh, oh Mist, äh... So Mitte ist jetzt wirklich wenig Weg, also die könnten jetzt ziemlich schnell rüberkommen. Da sollten wir schnell mit einem Bogen oder so sein. Was mache ich mir aus... Ich mache Goldäpfle. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch machen kann. Äh, auch, du hast noch... Na, tschau, hätte ich das vorher gewusst. Ja. Dass du da noch Gold hingeschmissen hast. Äh... Kiste. Also ganze Bronze in die Kiste. Hast du noch ein Gold? Äh, in der Kiste. Da, sind sechs Gold. Okay. Gut. Oh, da ist einer! Alter. Ich habe keine Rüstung. Gibt es noch? Ja. Ab in. Der andere hat jetzt einen Bogen wahrscheinlich. Jetzt müssen wir uns ein bisschen da... Boah, ich bin... Ey, wie ich die Leute aus Versehen treffe die ganze Zeit, das ist mega behindert. Jetzt habe ich auch einen Bogen. Nein, ich wollte auch nicht noch eine Hose kaufen. Dickste Brustpanzer... Und... Und jetzt aber schnell. Jetzt sind die nämlich in der Mitte und hat uns das ganze Zeug weg. Ja, der eine hat wahrscheinlich einen Bogen. Deswegen war der andere hier vorne und uns zu coveren. Oh mein Gott. Naja, das kann nicht sein. Ja, getroffen und runter. Ja, der eine, der aus der Mitte gerade gelaufen ist. Sehr schön. Die Frage ist, wo ist der andere? Der andere ist in der Basis von denen. Ja. Ich baue uns mal hier oben irgendwas auf. Na, baue uns einfach weiter. Wir können fighten. Wir haben besseres Equip als die. Ja, aber halt hier so ein Zwischending, dass wir nicht runterfallen. Heißt schon. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Alter! Wie der mich... Kannst du den Schach halten? Kommst du rüber? Äh, ich habe keine Spitzhacke. Dann komm rüber und halt die Sollen Schach. Ich kann abbauen. Okay. Ich komm. Achtung, hinter dir komm. Nein, hab ich. Ich halte einfach von hier unten in den Schach. Äh, ich kann gerade abbauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es ist das Bett, egal was die tun. Ich weiß bloß nicht, wo das Bett ist hier. Okay, vergiss es. Ja, gut, jetzt haben wir es aber. Der ist runtergefallen. Und das war er, glaube ich, oder? Das war der letzte. Ja. Und... Verdient. Verdient. Eiskalt. Und ich bedanke mich fürs Mitspielen von dir und fürs Zuschauen der Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, cheerio. Bis.